ja Joho Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal ein bisschen QSG auf dem GOMMAD.NET Server und ich habe auch drei kleine Themen anzusprechen und das erste Thema ist halt einfach ein Uploadplan, dann das zweite ist halt ein neues Format und das dritte ist, dass ich ein bisschen über Frau Clayton reden will und ja, wir fangen auch gleich erstmal ein bisschen an also ich fange jetzt erstmal mit dem Uploadplan an ich habe ja sonst immer meine Videos hochgeladen, wann ich Lust hatte und halt wann ich Zeit hatte und jetzt möchte ich es halt so machen, dass ich die Videos jetzt jeden Freitag, jeden Dienstag um 14 Uhr hochlade und halt wenn ich Zeit habe am Sonntag vielleicht auch noch um 14 Uhr aber das muss ich dann halt gucken und ja, das war halt mit dem Uploadplan dann über Frau Clayton es ist halt so, dass ihr mir irgendwie unter den letzten Folgen keine Fragen mehr gestellt habt deswegen würde ich es mir sehr freuen, wenn ihr unter diesem Video jetzt mal ein paar Fragen stellt und jetzt das nächste Thema wäre das neue Format ich wollte so ein Top 3 Format machen, wo ich halt irgendwie so Top 3 Hintergrundmusik, Top 3 Intro ersteller oder was weiß ich halt einfach vorstelle und wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben und was ich halt alles für Kategorien machen soll sag ich mal Top Videos oder wie gesagt Top Musik oder Top Youtuber und halt das Ganze und jetzt werde ich halt einfach nur ein bisschen ganz normal jetzt weiterspielen und das Video halt einfach zu Ende machen ok, ich versuche da mal jetzt runter zu gehen der eine geht hier grad schon oh fuck man das war dumm von mir egal, wir versuchen den da jetzt runter zu hauen shit, der spammt mich mit dem Bogen kaputt ok ich renne einfach weg tschüss unser rein geh doch weg ok, ich muss drauf gehen ok, wir haben jetzt ein Schwert nice so hier ist wieder eine Kiste, die ist leer oh, hier sind Sachen aber die brauchen wir nicht oh, geh weg TNT setzen, den da reinhauen der stirbt nice oh mein Gott, hab ich mich erschrocken ok, wir haben jetzt auch einen Bogen wir gehen jetzt da mal aufs Schiff drauf und versuchen den zu holen oh, es sieht gut aus nein, wir kriegen den nicht oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott jetzt verstecken wir uns bisschen regenerieren so, ich hab mich jetzt auch vollständig equippt und jetzt gehen wir von dem Schiff wieder runter und holen uns jetzt den nächsten Gegner ok, ist der andere da ok, wenn ich da jetzt draufgehe will der mich töten oh oh, Alter, ich bin jetzt grad hier richtig in der Zwickmühle geh weg ja, der hat richtig Schaden gefressen, Alter da muss ich mich zu ihm oi habe Tanzverbot heißt der einfach oh mein Gott, war die Kiste geil ok, den oh, der hat auch geilen Stuff aber er hat kein Schwert verreckt Junge oh, jetzt haben wir seinen geilen Stuff das war gut wir haben auch sogar einen Goldapfel wir gehen mal hier runter hier ist einer so, den haben wir auch what the heck, warum ist er so schnell? der hackt locker ja, ok, dann würde ich sagen das war's mit diesem Video ich hoffe es hat euch gefallen und schreibt mir unten in die Kommentare neue Fragen und ob ihr dieses Top 3 Video sehen wollt dann tschüss, bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal Vielen Dank.